Willkommen zum Witze-Club! Danke, danke. Ihr seid ein fantastisches Publikum. Frei nach dem Motto, Klimawandel, Affenhitze. Scheißegal, wir reißen Witze! Der unglaubliche Kai Schuster! Jetzt kommt der absolute Kracher. Warte. Warum ist ein Windrad unbestechlich? Weil's mit Kohle nichts anfangen kann. Kommt ein Mann zum Arzt, ne? So, am Tag nach der Wahl reicht dem Arzt so ein kleines Zettelchen, wo draufsteht, ich hab meine Stimme verloren. Sagt der Arzt, hast wohl der FDP gegeben? Damit dies ein schlechter Scherz bleibt, Am 13. Mai zweitstimme Grün. Die richtige Wahl für mehr Bildung, Energiewende und Transparenz. Grün macht den Unterschied. Sitzt ein Politiker, ein Banker und ein Hotelier im Restaurant, ne? Und dann sagt der Politiker, ich zahle. Die richtige Wahl für eine Politik, die Kinder fördert. Nicht Banken und Hoteliers. Grün macht den Unterschied. Arzt, ich zähle. Und dann geht's mit ihr. Vielen Dank.